Herzliche Einladung zu Samson und Dalila mit einem wirklich fantastischen Cast. Und dieser unglaublich reichen Musik, die von fast kirchlichem Oratorium bis hin zu diesen unglaublich dramatischen, spannenden, oft ja mit dem zweiten Akt Tristan verglichenen zweiten Akt, wo eben Samson und Dalila sich wirklich in ein großes, erst Liebesduett und dann dramatisch Fetzen bis hin zu dem großen Vertrauensbruch. Und natürlich mit einem höchst unterhaltsamen dritten Akt, das berühmte Bachanal, viel Ballett, viel Blut, auf jeden Fall sehr gute Unterhaltung.